Hallo, hier ist Max und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge der Minecraft-Fakten und ja, Minecraft-Fakten sind nun ein Jahr alt, das heißt ich habe am 2. Januar 2015 die allererste Minecraft-Fakten verkauft gelernt und jetzt genau einer später am 2. Januar 2016 mache ich eine kleine Special-Folge und ja, ähm, ich habe ja den 51-Fakten bis jetzt sehr viele Fakten zugesetzt bekommen und die meisten sind dann auch richtig da und ja, die keine Special, dann gibt es nun 5 falsche Fakten, dann gibt es eigentlich auch und deswegen sogar 5 falsche Fakten und ich würde auch heute die Genusser nicht mit einblenden also die Namen nicht einblenden tut das schon aber äh, namentlich, wenn ich das Mobben oder so oder einfach keine Schwachbarkeit, aber ihr seht, sie sich einiges verändert, also, noch, äh, das hier ist auch erst Folge, glaube ich noch, ne? das war so ein zweiter Fact, glaube ich sogar das war mein erster Fact hier mit dem Ringbogen schaffen, das weiß ich noch der war hier aber auch, dass man hier durch Westen durchgehen kann, so aber sonst ob mit den Zaunentoren da hinten war auch was aber sonst weiß ich gar nicht das wird dir drüber nachstellen das war nicht schon Fakten in der ersten Folge und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Fall schon Fakt die ersten beiden Singe sind folgende erstens, wenn man mit einem einmal mich auf eine Kuh schlägt wird sie zur Babykuh und zweitens, Endermann haben keinen Schaden diese beiden Fakten sind falsch äh, wenn man mit einem Kuh ispornen das wird jetzt einfach nicht drauf lang das passiert natürlich nichts, also wenn man durch die Kuh zu einer Babykuh werden, das ist ja, so sehr falscher Fakt, also richtig richtig falsch und ja, der zweite Fakt, Endermann haben ein Schaden die haben ein Schaden die haben ein Schaden ich weiß nicht ich in früher wohl weil ich glaube ich das war nur weil ich das war aber war da ein Schaden nur mit zu borten wie sieht da als er Schaden ich weiß nicht den wir alle einschalten gut dann weiter zum dritten Fakt der zweite ist, wenn man mit einem Vollzeug auf der Command-Block macht verbrennt der Command-Block sofort ich weiß nicht warum dieser Verkrieg sein soll doch mal irgendwie ach er verbrennt nicht er verbrennt ganz normal ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich ein Hexel oder so keine Ahnung oder irgendwie aber er brennt hier ganz normal der Command-Block verbrennt nicht sofort er brennt ganz normal wir können jetzt noch was eingeben ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was er sich dabei gedacht hat aber ja gut aber hier er brennt sich ganz normal als Viertel ist wenn man sneakt kann man keine Zauntüre beziehungsweise Türen öffnen ich weiß nicht 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 wie es geht ich weiß nicht wieso man die nicht öffnen kann wenn man sneakt ich weiß es nicht als letztes wenn man auf Soestern steht kann man keinen einmal Milch trinken noch dieser Fakt ist falsch und wir sind jetzt hier mit Soestern und wir können natürlich Milch trinken wieso man es nicht könnte wieder schau 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 ich weiß es nicht du das ist auch nicht mit dieser kleinschiff von dem manchen ich hoffe es hat euch gefallen und ich fand es aufs kurzen lustig ich weiß nicht besser fahrt nur mit nämlich am auf der kuh schlecht schweiz zu bbku ich weiß ich finde es lustig aber ihr habt mich wie gefeiert dann lassen leichter um sich verletzen das neugierig macht so schön wenn ihr mehr wissen wollt dann lassen aber da und tschüss